Ich bin Karl von der Wiener Fotoschule, Woche 2 der Corona-Krise und ich möchte euch mit News von der Wiener Fotoschule versorgen. Wie schon letzte Woche angekündigt, habe ich die ersten Webinare online gebracht. Wir werden euch verschiedene Themen präsentieren. Photoshop, Adobe Lightroom, Natur- und Tierfotografie, natürliche Porträt und Wink7. Das Fotokafé ist ein neues Format der Wiener Fotoschule. Jeden Sonntag werde ich gemeinsam mit Oliver Bader zu interessanten Themen der Fotografie plaudern. Anmeldung über unsere Webseite, ihr könnt euch einfach einwählen und schon seid ihr dabei.